Hallo Huwe, und zwar habe ich folgende Frage an dich. Hast du noch Kontakt zu irgendeinem aus der Big-Drover-Zeit? Wenn ja, zu wem? Und das war's schon. Nein, habe ich nicht, denn ich war drinne und ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich so ein bisschen, dass ich drinne war, aber sowas weiß man auch wirklich erst, wenn man wirklich drinne war, denn das war echt da teilweise eine Sauerei im Haus, aber ist auch egal. Nee, ich habe keinen Kontakt mehr zu den Leuten, man hat immer im Haus gesagt, wir werden so in Kontakt bleiben, aber ich wollte eigentlich nur weg von der ganzen Szene, von der ganzen, alles was damit zu tun hat, wollte ich einfach nicht mehr bei mir haben, so auch die Bewohner, denn wie ich auch schon im Interview gesagt habe, ich bin auch so ein Typ gekommen, auch alleine klar, ob mit Freunden oder ohne, klingt zwar hart und einsam, aber so ist das bei mir und deswegen habe ich mit niemandem auch da irgendwie nichts zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.